Hey Leute, was geht? Ich bin Silvia Rebecca und willkommen zurück auf meinem Kanal mit einem neuen Video mal wieder. Diesmal habe ich was anderes für euch und zwar dachte ich mir, spielen wir mal ein Spiel und zwar das Frustrationsspiel. Sinn und Zweck dahinter ist, das Spiel zu spielen und dabei nicht frustriert zu sein und sich nicht aufzureden. Ja, wollen wir mal gucken, wie meine Reaktion darauf ist und ob ich das schaffen werde, weil ich bin sau schlecht in Spiele spielen. Ich bin wirklich sau schlecht, Leute. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich da auch verkacken werde. Ja, wir schauen mal, wie das Ganze endet und fangen mal mit dem Spiel an. So, oh mein Gott, Leute, ich habe jetzt Kopfhörer an. Also nicht wundern, weil dieses Spiel hat ernsthaft Musik, die total grottig ist. Ohne Scheiß. Aber hier steht, ja, Anfang mit dem Spiel. Also okay, dort bei dem Spiel darf man mit dem Mauscursor nicht die Wände berühren oder so. Keine Ahnung. Ja, fangen wir mal an. Okay, das soll einfach sein. Oh mein Gott, ich habe mich sehr angst. Oh mein Gott. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Hey Leute, ne? Ich guck jetzt schon. Das soll einfach sein. Gott. Gott. Gott, Gott, Gott. Yeah. Geil, 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 geil. Hä? Nein. Ah, da lang, da lang, da lang, da lang. Ja, hallo? Achso. Oh Gott. Nein. Bin ich zu dumm dafür? Gott. Gott. Geil, 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 geil. Total die Erfolgserlebnisse gerade, ehrlich jetzt. Ich bin total schlecht in sowas. Oh Gott. Gott. Oh, oh, oh. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh shit. Warte, warte. Was ist das? Was ist das? Oh Mann. Das Spiel verarscht mich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, 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 oh. Oh mein Gott, Leute, ich hab's geschafft. Bei 45 Fehlern schon. Jetzt Level 4. Oh mein Gott. Scheiße. Das wird voll schnell. Warum, warum wir jetzt so... Was ist das? Okay, ruhig jetzt. Ruhig, Becky. Ruhig. Ruhig. Ey, ey, ey. Nein, nein, nein. Hä? Wie geht das? Ich glaub, ich muss nach oben. Nach oben. Ja, geschafft. 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 Oh Gott, Leute. Es regt mich auf. Es regt mich richtig auf, Leute. Leute, 1100 Versuche später, Leute. Ehrlich jetzt. Level 5. Wer das von euch schafft, der ist bei mir King. Ich hab schon Tränen in den Augen. Ich seh schon nix mehr. Ich hasse Level 5. Ich hasse Level 5, Leute. Oh Gott, bitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Endlich, endlich Endlich Wow, wow, wow 275 Fehler schon Ey, ohne Scheiß, ne Das war richtig schwer Muss erstmal den Dreh rausbekommen Oh mein Gott Ey, ohne Scheiß, Leute Das ist schwerer als jedes Spiel Was ich jemals in meinem Leben gespielt habe Level 6 war am schlimmsten, Leute Das geht ja noch Aber Level 6, Alter Level 8, Level 8 Oh mein Gott, oh mein Gott Ich sag euch, Leute, ich bin am Ende bei 1000, 1000 Fehlern Wetten, wetten Dieses Spiel, Leute Dieses Spiel macht mich fertig Oh mein Gott, fuck, 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 fuck Fuck, 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 fuck Yeah, yeah Bitte lass das nicht noch mehr Level haben Ey, das ist ja schrecklich Ich knack noch die 1000 Fehler Ehrlich, ohne Scheiß Wenn das noch mehr Level hat, ne Nein, ich will nicht mehr Nein, ich will nicht mehr Yes, 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 yes Ich hab's endlich geschafft Ich hab's endlich geschafft Leute, ihr wisst nicht, wie lange ich daran gesessen hab Ohne Scheiß 6,62 Fehler Das müsst ihr erstmal toppen, ja Macht mal unter 6,62 Fehler Oh mein Gott, das ist richtig schlecht Aber ich hab's geschafft, Leute Ich hab nicht aufgegeben Weil es gab Punkte Da gibst du einfach fast schon auf So Leute, das war's auch schon mit meinem Video Ich hoffe, euch hat das wieder mal gefallen Und ich konnte euch ein bisschen damit unterhalten Und ihr konntet euch ein bisschen drüber lustig machen Wie viele Fehler ich habe Aber ohne Scheiß Das Spiel regt auf Und es ist überhaupt nicht leicht Aber okay Probiert es gerne selber aus Ihr findet das halt, wie gesagt, unten in der Infobox Also wenn mir jemand hier runterschreibt Er hat nur 10 Fehler Das glaub ich dir nicht Das glaub ich dir eiskalt Never ever Vor allem nicht, wenn du das Spiel noch nie gespielt hast Und ja, dann würde ich sagen Sehen wir uns in meinem nächsten Video Ich hab euch so, so doll lieb Bye I like to move it, move it I like to move it, move it I like to move it